Hallo Formel 1 Fans, ja, es ist wahr, nein, es ist kein Traum und ihr könnt jetzt aufhören eure Augen irgendwie zu reiben, es ist wirklich wahr, es gibt ein weiteres Video auf Mike's F1 Channel und ich werde euch in den nächsten Minuten mal erklären, was da überhaupt los ist, warum ich Mike's Formula 1 Channel nach einiger Zeit aufgeben werde und was sonst noch Neues gibt in den kommenden Minuten und ich möchte euch bitten, schaut euch bitte das gesamte Video an, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also erst einmal, das Video, letztes Video auf diesem Kanal, was ich am 11. September auf diesem Kanal hier hochgeladen habe, ja, ich sehe es ein, das war ein ganz, ganz großer Fehler und ich möchte mich bei jedem Einzelnen, den ich damit enttäuscht habe, wirklich von Herzen entschuldigen, das war absolut eine Scheißaktion, das sehe ich selbst ein und man hat mir auch gesagt, Mike, ganz ehrlich, hättest du dein Content geändert, wäre das alles total anders gelaufen. Und ja, derjenige hatte definitiv damit recht. Ich sag's so wie es ist, Mike's Formula 1 Channel läuft, ne, wie hieß das Wort, wonach ich suche? Beschissen. Ich habe einfach mal die letzten 10 Videos genommen und einfach mal durch die derzeitigen Anzahl der Abonnenten, 1251 mal geteilt, um einfach mal herauszufinden, wie viel Prozent davon, von diesen Zuschauern sind denn regelmäßig wieder am Start. 12,9 Prozent. Das, meine Damen und Herren, ist ein Schlag in die Schnauze. Und zwar richtig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Kanal läuft echt total beschissen. Also, da bin ich auch ganz ehrlich zu euch, ich weiß mich, was ich mir dabei gedacht habe. Jetzt werdet ihr mal erfahren, was ich für die Zukunft überhaupt alles geplant habe, was es Neues gibt. Also erst einmal der Reihe nach. Ich werde es so machen, dass ich auf Mike's Formula 1 Channel noch die MyTeam-Karriere und die Zwei-Fahrer-Karriere von F121 noch beenden werde. Dann wird der Kanal stillgelegt. Nein, das bedeutet nicht, dass ich im September 2022 das Ganze schon wieder umdrehen möchte. Ich werde auf Mike's F1 Channel hier weiterhin durchziehen. Also erst einmal, ich habe für Mike's F1 Channel, für diesen YouTube-Kanal hier so einiges geplant. Es wird FAQs geben, es gibt Mike's Meinung als Video. Ob es die News gibt, aller Voraussicht nach nein, weil ich sie auf Twitter raushaue, als Instagram-Post und sogar auf Discord. Ob das Ganze als Video ist, sagen wir es so, lasst mich darüber nachdenken. Das kann ich natürlich jetzt nicht sofort beantworten, aber wenn das wirklich so dermaßen gewünscht ist, dann vielleicht. Sagen wir es mal so. Na jedenfalls wollte ich noch sagen, dass ich sehr viele Videos in F121 geplant habe. Unter anderem auch Patch-Update-Videos, die ich ja auf dem anderen Kanal mache. Die allerdings laufen sehr gut, die werden aber auf diesen Kanal herübergezogen. Wartet auf jeden Fall ab, was euch in Zukunft hier alles Mögliche erwartet. Im Social-Media-Bereich hat sich so einiges getan, was ich euch jetzt mal erklären möchte. Auf Twitter nach wie vor alles wunderbar. Für mich einfach eine der besten Plattformen, die es überhaupt gibt. Da werde ich Sachen tweeten mit Quelle, dann werde ich Sachen retweeten. Da werde ich auch hin und wieder mal einen Shoutout für jemanden machen, denn jemand wiederum hat das für mich gemacht. Nochmal besten Dank dafür. Dann werde ich Streams ankündigen und unter anderem werde ich auch Videos ankündigen. Auf Instagram, ja, ich sag mal so, schwankt so ein bisschen hin und her. Da fast genau das Gleiche. Hier, da werde ich Sachen posten, da werde ich Sachen reposten, da werde ich hin und wieder auch mal was Lustiges raushauen. Videos werden angekündigt, Streams werden angekündigt und so weiter und so fort. Auf Twitch werde ich weiterhin meine ganz normalen Streams machen. Allerdings werde ich keine Liga-Rennen mehr streamen, denn dafür habe ich ja meine, sozusagen meine Twitch-Buddies, die alle unten in der Videorschreibung verlinkt sind. Schaut da gerne mal bei den Herrschaften vorbei. Grüße an Hunzel, Kenny, Kutte, Gewitter und Zesqua. Falls ich ihn vergessen habe, sorry. Jedenfalls wollte ich sagen, da gab es nämlich so einen kleinen Vorfall, auf den möchte ich ehrlich gesagt nicht noch weiter eingehen. Die besagte Person weiß schon, worum es da geht und bitte sprecht mich darauf nicht nochmal an. Das wäre nett. Dankeschön. Jedenfalls, auf Twitch wird es weiterhin Community Racing geben, auf dem PC. Nein, liebe Konsoleros, aka PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und S-Fahrer, tut mir leid. Wendet euch bitte an Sony und an Microsoft, denn die wiederum wollten kein Crossplay machen. Gebt Coopmasters diesmal bitte nicht die Schuld. Last but not least bleibt eigentlich nur noch Discord übrig. Dort werdet ihr über Videos informiert, ihr werdet über Streams informiert und ihr werdet über die neuesten Formel 1 News informiert. Außerdem könnt ihr euch mit sehr korrekten Leuten auch über die Formel 1, auch über andere Themen unterhalten. Ihr könnt gerne darauf joinen. Also erst einmal muss ich sagen, dass ich von diesem Kanal doch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht bin. Denn ich hatte gedacht, seitdem ich den Kanal aufgegeben habe, dass dort, sagen wir mal, alle, könnte man schon sagen, alle wirklich die Flucht ergriffen haben. Und gesagt haben, ja, dann gehe ich woanders hin. Stattdessen muss ich sagen, zum Zeitpunkt dieses Videos sind immer noch 4.413 Abonnenten noch da. Und über 30% von denen haben sogar noch die Glocke aktiviert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, GG und Respekt dafür, dass ihr noch bleibt. Ich hätte nicht damit gerechnet, Dankeschön für euer Vertrauen. Das bedeutet mir viel und ich werde euch nicht enttäuschen. Bevor ich es vergesse, ich bin unter anderem auch noch in zwei Ligen am Start. Und zwar hätten wir da nicht mehr Chaoten Gaming. Da bin ich raus. Ich bin in Iron Racing drinne und ich bin in der Matrix F1 Liga drinne. Kommen wir zuerst zu Iron Racing. Da haben wir nämlich zwei Renntermine pro Woche. Nämlich einmal mittwochs um 19.30 Uhr 51% Rennen. Ich bin da im Alpha Romeo mit Gewitter. Und dann haben wir noch das Samstagsrennen. 2x25% Startpunkt 20 Uhr. Da bin ich im Alpha Tauri ebenfalls mit Gewitter. Montags fahre ich immer in der Matrix F1 Liga oder kurz MXL. Auch im Alpha Tauri mit dem Knitter. Und dort starten wir um 20 Uhr unser Liga Rennen. Die haben auch noch zwei weitere Splits. Nämlich die erste Liga ist um 19 Uhr an einem Sonntag. Und die Pro Series, also quasi die Alien Liga, wie ich sie so schön nenne. Weil sie wirklich absolut unmenschliche und unnormale Zeiten fahren. Unter anderem auch ein Corny oder ein Sven Zörner. Vielleicht sagen euch ja die Namen was. Die starten dann am Dienstag um 20 Uhr. Kleine Info dazu. Da gibt es zur Zeit eine kleine Season Break. Aufgrund von dermaßenen D-Sings. Also das macht keinen Spaß. Und vor allem nicht in Monaco, unsere nächste Station. Link zur Matrix befindet sich in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt noch eine gewisse Call-to-Action-Sache machen könntet. In dem Fall, ihr könnt gerne das Video disliken, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt aber auch das Video disliken, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Ganzen hier? Seid ihr glücklich, dass ich wieder da bin? Wenn ihr Fragen habt, immer dazu. Ich versuche auf jeden einzelnen Kommentar mindestens einmal zu antworten. Versprochen. Kann natürlich ein bisschen dauern, aber ich werde antworten. Versprochen. Gerne den Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Denn ich werde euch in Zukunft garantiert den ein oder anderen Formel 1 Content noch hier präsentieren. Und wenn ihr mich noch weiterhin supporten wollt, könnt ihr gerne auch das Video nehmen und auch in den sozialen Netzwerken teilen. Egal, ob es dabei Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok oder Facebook ist. Ist mir völlig egal. Ist einzig und allein euch überlassen. In diesem Sinne, danke schön für eure Aufmerksamkeit. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao.